Heute zeige ich euch Audiodateien des Exorcismus von Annelies Michel. Nein! Ja! Und was ist noch für ein Wallfahrtort, den du nennen willst? Du nennen musst den Namen des Vaters und des Sohnes und des Sohnes und des Sohnes. Amen! Du musst es sagen, den Namen des Vaters und des Sohnes und des Sohnes und des Sohnes. Amen! Im Namen Jesu und im Namen Maria befehle ich dir es zu sagen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen! Die volle Wahrheit, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen! Hier das Brach! Wann wird es anerkannt? Verhaut mich, das haben wir nämlich fertig gebraucht. Sage die volle Wahrheit! Ja! Riese der Lüge und sage die volle Wahrheit! Ja, 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 ja. Schon nicht schlecht! Hat die Kirche Herr Superverwand? Ja! Hat die Kirche Herr Superverwand? Sie kennt des Nichts an die Geschichte. Ach... Haben Sie's verworfen? Wir kennen mich an. Ich frage dich, ich frage die Wahrheit im Namen Jesu Marius. Hat die Kirche her als Tag verworfen? Hat die Kirche her als Tag verworfen? Sei die Wahrheit im Namen des Dreieinigen Gottes. Nein, im Namen Marius. Scheiß noch! Hat die Kirche her als Tag verworfen, und hat die Wahrheit im Namen Marius. Das Scheißloch, das Verfluchte. Aber zum Glück ist es nicht anerkannt. Wann wird es anerkannt? So schnell noch nicht. Aha, also doch. Nein! Ich sage die volle Wahrheit im Namen Jesu und im Namen Jesu des Heiligen Maria im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geist. Amen. Es wird also anerkannt werden. Amen. Was meinst du da bei Wandel? Was meinst du da? Aber wie hältst du da bei Wandel? Ja, nur ist er. Was ist da? Die ist dort. Es kommt mit. Es kommt. Oh. Bist du auch da? Ja. Ich bin überall wo die Ache. Es kommt mit. Ich kommt mit. Ich komm mit. Warum? Warum? Warum wollt ihr uns so viel klauen? Ja. Wir lieben Sie. Wir lieben Sie. Ist Cedas ad Ecclesiade. Horte Inferno non prevalibu das Wörzeseam. Ist Cedas ad Ecclesiade. Ist Cedas ad Ecclesiade. Ist Cedas ad Ecclesiade. Horte Inferno non prevalibu das Wörzeseam. Ja, wir sind stark. Aber die Scheu seckle ich ganz. Horte Inferno non prevalibu das Wörzeseam. Ja, wir sind stark. Aber die Scheu seckle ich ganz. Die Scheu seckle ich komplett ist. Die Scheu seckle ich ganz. Ja, ich bin echt. No, ich bin ich nicht. Rundfunk. Es war ein. Ich bin nicht. Untertitelung des ZDF, 2020